Ich will immer noch meinen Zeug zurück. Hör auf. Ich klau euch, ich liebe es gerne, wenn ihr mich die ganze Zeit damaged. Oh, ein schöner Baum. Mitnehmen. Ich kann den Baum nicht mitnehmen. Es ist der Baum, kommt weg. Oh, und weil es sieht doch fast noch schöner aus. Wieso ist jetzt hier schon wieder Schnee? Alien. Ich werde sterben. Oh ja. Oh, lol, low gravity. Ja, nein. Was ist das für ein Planet, Junge? Ich kann es kotzen. Irgendwas geht mit diesem Planeten extrem schief. Ich will jetzt keine kleinen Kaninchen töten, das ist nicht fair. Das war ein Fehler. Will ich jemals wieder zu meinen Items kommen? Ich halte kurz inne. Oh nein. Oh nein. Oh, Kiste. Oh, Alien. Nooo. Nooo. Mir fällt vom Sonnenstrahl verfolgt. Ich sehe mir jetzt wieder auf die Erde komme. Run. Es ist hell. Nee, hier gibt es keine Türen. Oh. Oh, Pixel. Ich will es eh gleich wieder los. Oh. No gravity macht an sich ja eigentlich schon Spaß. Aber es lässt halt gerade schon nach. Jetzt haben wir es wieder. Ich muss jetzt hier mal kurz Grünzeug holen. So, das war kurz. Tschüss. Es ist so ein komisches Binom. Bio, Bionom, Bionom, Bi. Weißt du Bescheid? Oh, ich verfluche mich. Die habe ich schon einmal. Ah ne, das ist ja. Jetzt verfluche ich mich gerade noch mehr. Ich glaube, ich muss mir eine neue Gießkanne kaufen. Bauen. Mehr Damage? Könnte wehtun. Zeug jetzt viel laut. Wann ich noch ne Pistole? Die eine habe ich da vorhin unbedingt weggegangen. So. Auf dich zu heilen. Ach ja. Warte mal kurz noch heilsalber craften. Ach, dieser Blend ist scheiße. Boah, wenn meine Altebs jetzt schon weg sind, ich äh, ne. Ja. Geht mich vergraben. Ich gucke jetzt mal mit Atmenmodus nochmal. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Dann gehe ich mich kurz in mein Bett ausholen. Hallo Lampi. Tschüss Lampi. Ist gerade alles scheißegal. Hätte ich viel längst machen sollen. Die ganze Zeit habe ich es auch bloß so gemacht. Mach es einmal nicht. Das könnte schon wieder alles weg sein. Und es war nicht wenig. Es war halt wirklich nicht wenig. Ach, Low Gravity. Warte mal, bin ich hier? Bin ich hier lang? Fuck, das war ja irgendwo unten. Hier war es nicht. Hier könnte es gewesen sein. Hier sieht es aus wie eingegraben. Ich habe mich ja irgendwo eingegraben gehabt. Fuck. Ich meine gerade jetzt schon. Jeder weg. Ich bin hier teilweise auch random irgendwo runtergefallen. Hier war es schon mal nicht. Wenn mir das hier ein bisschen bekannt vorkommt. Das heißt ja, dass wenn man Damage kriegt, dass man nicht mehr an der Wand klickt. Ach Menschen, ey. Warte, da oben lag was. Alter, das ist glaube ich mein zweiter Dev. Nicht mein erster. Fuck, wo war der zweite Dev? Der war aber da drüben. Genau. Da bin ich hier links rum und dann haben die mich getötet. Ich glaube, mein anderer Tod war ziemlich weit woanders. Geh weg. Was? Man hasse ich Vögel. Warte, mein zweiter. Scheiße. Hier war ich gar nicht. Warte, mein erster Tod. Oh nein. Ist das wirklich weg? Wo war mein erster Tod? Ja, ich bin schon zu weit. Ich möchte kein Bein. Ich möchte gerade einfach nur heulen. Ich muss ja ganz kurz die Desktop-Audio ausmachen. Moment. Nur weil ich manchmal was angucken möchte. Da ist das Wort nicht gemutet und dann würde ich mich da unten drauf hören. Ah. Ja. So. Ich suche die Stelle, wo ich gestorben bin. Ich suche die Stelle, wo ich gestorben bin. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ob wir da Glück haben. Oh. 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 liegen weil es war irgendwie unfair wenn ich den atmen modus jetzt alles verhaften wurde hohe auch nicht survival mode spielen ich habe nur sterben jetzt nicht durch den trotz atmen modus an dem asset oh mein gott wir haben es gefunden ich habe es jetzt aber ohne witz auch nur gefunden weil ich die auch noch mal geguckt hat ganz schnell weg hier einfach nur weg und alles ganz schnell ist ja eben ich habe jetzt wirklich schon fast gedacht dass es weg haben du mal zwei stunden lang ist da und verreckt dann erst mal erst mal irgendwie alles unterbringt aber die noch keine ordnung eine diamante der diamante weg gewesen es wäre so traurig gewesen so traurig da oben dass hier unten das erleichterst durcheinander ich tue gleich beim ende base rein ist ja auch komisch finde ohne witz ich hätte es ja letztes schon mal angesprochen aber ich krieg irgendwie keine quest für das raumschiff upgraden das finde ich mega sad ich würde auch gerne mal raumschiff upgraden wollen ich verkaufe das zeug jetzt noch nicht weil ich ganz genau weiß ich sterbe noch ein paar mal alles hier reinktun wenn ich ein bisschen leer werden ich habe voll lauter aufregend und schon viel hunger gekriegt gerade wenn man es zwischendurch bei quatschen hört das bin ich ich versuche leise zu essen ich glaube ich brauche demnächst meine kisten waschrum paar rücklagen kann nie sicher sein das wollte ich eigentlich mit dem wolfram machen ich habe oh scheiße admin modus raus mit dir ich habe jetzt wieder was wollte ich mit dem wolfram tun ist doch kacke wenn man es vergisst ach ja ich kann mir gleich ein paar mehr machen so wolfram es tut mir leid du wirst eingeschmolzt ich habe telebrio wann ist denn das passiert ach bestimmt vom mond endlich das sieht gut aus so ich glaube am maschinentabel konnten wir magnesiert herstellen wir müssen auch mal upgraden das läuft eisen stimmt dafür brauchen auch übis für eisen eisen komm her aber wisst ihr was schwer ist gern mit einer hand nicht springen äg das wird um 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 okay so cool hm 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 ah sind jetzt so verdammt wo war mein sand flammen erde sand sand saponisch ouch aha spielversor oh pick all es sind schild herstellen es sind kann und ein mehr schild 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 ich wollte abgehen ach so ich weiß stimmt ich muss ja auch noch den 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 das war jetzt mal auf sand reicht nicht ach stimmt ich war 50 muss auf jeden fall noch mal die wüste sand aus der wüste mal eine sandlose wüste machen blub blub muss man mit noch eine mühle erstellt zwei immer das hin und her gerne nervt so viel spaß damit ist für asset protection plus fünf kriegt man null und wenn dann voll asset protection so asset immunity brauche ich das ist sonst sinnlos und 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 das müssen wir alles haben hier wenn jetzt nicht wandern weil da ist die wüste aber ich wollte die ist halt rum äh asset das brauche ich für dich ich werde so sterben recht ist wenn ich davon ne set bonus hab ich nicht gesagt ist ähm da ist mehr rausgeruht advanced plastic ist soo müllig zu farmen graffini graffini was krieg ich das denn her graffini uch zimmer ähm graffini graffini farmt man sich auch nö das ist so ziemlich für mich unmöglich zu farmen ach geil aah alles für den arsch das jetzt da kann ich hier ich habe nicht genügend und ich bin mir auch nicht sicher ob ich die kernfragmente dafür habe 1 2 3 hier war es glaube ich fack kurzzeitgewässernis das einfachste vergesse ich jetzt aber noch nicht nicht schon kacke genug zurzeit und den tenden könnten 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 gibt es wenig platzte müssen wir mal wieder weiter ausbauen warte mal Wieso habe ich jetzt zwei? Ich bin ein Genie. Ich wusste es doch. Ich bin ein Genie. Ich wusste es schon immer. Ich wusste es schon immer. Ich wusste es meinen Status helfen. Da. Da! Meine. Die Flasche Plastik habe ich ja noch im Schiff. Ich gehe mal das Plastik holen. Blinder Stockfisch. Blinder Stockfisch. Ich wollte unbedingt einen zweiten haben. Eigentlich auch nur einen dritten.